Hier sind vier Leute gelandet, keine Schüsse bis jetzt, what? Die suchen alle noch, so wie wir. Hier ist noch eine Shotgun hier oben. Ah, ich seh die. Die sind die Südwesten hier, direkt das Haus. So rumgesplot. Oh, das ist gefährlich in AKM, ey, wenn wir keine Weste haben. Das sind zwei Treffer. Wir könnten die kommen lassen. Der geht ganz nah rum. Ist der ausgenockt oben? Schön. Sollen wir russen? Wo sein Kumpel ist. Solange der ausgenockt ist, ist es noch am besten. Marvin? Das war sein Kollege, ne? Wahrscheinlich, ja. Wenn es ein Tot-Topp-Tack geht. Oh shit, oh shit, oh shit! Ich hab Angst ohne Weste. Quantum. Ich hab Angst ohne Weste. This is very dangerous. Noch eine Uzi mit 9 am Mone. Die Uzi ist ohne Mech auch so super schnell leer, ey. Moment, hier ist aber keine... Was? Bist du denn da? Ich bin ja auf dem Dach. Ich seh keine Kiste. Doch, hier ist die Kiste. Okay. Nehme ich mir mal seine AKM. Ja. Bin auch immer unten. Weißt du, ob das gut ist. Eher weniger. Weißt du, wo der auf uns geschossen hat? Ne. Das war's mysterious. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Es kann sein, dass der Typ alleine ist. Waren da nicht noch mehr, die runtergegangen sind? Ja, aber ich glaub, die haben zwei getötet. Dann haben wir die getötet. Und ich weiß nicht, ein, zwei Leute sind das, glaub ich, jetzt nur noch. Hast du bei dir irgendwie ein Auto? Drin hocken, oder? Hast du bei dir ein Auto? Ja, hier vorne an dem Straßenrand, dem Westen, ist ein Dutch, äh, Urizi. Ein Guzi. So, bei dir neben und dahin, wo ich mal kei... Ach so, da. Oh, shit, ey. Ja, das ist blöd. Okay, komm. Ja, dann lass mal fahren. Nehmen wir keine Weste. Das ist ein Wart. Hey, Soxi. Weißt du, wo der ist? Ja, neben dem Haus. Unten war er. Ja, ich seh den. Der läuft weg. Das sind zwei. Das sind zwei, das sind zwei. Shit. Mit unseren Reifen zu schießen, sind wir tot. Siehst du sie? Nein. Sie sind hinterm Haus. Ah, okay, ne, dann hat's keinen Sinn. Fuck. Wenn ich jetzt zu dir laufe, würde ich abgeschossen, wahrscheinlich. Einer ist wieder hinterm gelben. Ach so, du bist so vorgelaufen. Ja, wegen der Deckung. Im gelben oder hinterm gelben? Hinterm gelben, glaub ich. Wir werden wegfahren sollen. Wir sind jetzt super am Arsch. Die müssen nur einen Reifenkappel schießen, dann sind wir tot. Hey, Moment, da sind noch welche, oder? Ja, da sind noch welche, glaub ich. Der wurde gerade in der Haus genockt, ne? Mhm. Oben im Haus. Oh. Oh, wow. Das war ein Headshot. Wieso ist denn mein Helm weg? Der hat mir doch erst in die Brust geschossen. Wir hätten direkt fahren sollen AKM. AKM. Was ist denn für die Pfaff? Aber wenn du übrig hast. Ja, ich hab unter dir um. Vielleicht kannst du da Distance something machen. Die haben so viele Fenster, aus denen sie mich treffen können. Ja, das ist shitty. Ich würde sagen, wir hauen ab. Was war denn links schon, oder? Ich seh den nicht. Soll ich einsteigen und los? Äh, ja. Boah, fährt der langsam los. Okay, jetzt müssen wir jetzt durch. Oh mein Gott. Die sterben halt eh an der Zone, wenn die dann noch weiter kämpfen. Ja, jetzt sind die. Da hinten kommt der dann noch raus. Wir müssen hier durch Rossock fahren. Jetzt haben wir ein gar nicht so gutes Loot. Ne, ich hab nicht mal mehr einen Helm jetzt. Ich glaube, wir schaffen es so gerade da drüber. So gerade. Jetzt ist es Auto-Gas. Perfekt. Perfekt getimed. Ja, ich guck halt immer auf den Chat, aber es steht ja auch nicht immer eine Nachricht drin, auf die ich dann, sag ich mal, eingehen muss oder so. Also ich guck natürlich auch im Du oder Scott auf den Chat. Vielleicht ein bisschen weniger als in First Person, das kann sein, aber ich seh eigentlich immer so fast jede Nachricht. Ähm, ne, ich hab aber Compensator drauf. Achso. Aber es ist natürlich auch normal, weil, klar, man redet im Squad und im Duo miteinander. Und dann ist das schwierig, dann auch noch mal mit dem Chat zu reden. Deswegen, ich sag ja, das ist halt ganz normal, dass das im Duo und Squad so dann halt down geht. Das man ich halt mit. Das ist ein generelles Phänomen. Okay, hier ist eine Weste. Jetzt brauche ich nur noch einen Helm. Ja, das, ja, das auch. Dann bist du auf B-Band gekommen, um im Duo zu spielen. Der hat mich angeschrieben im Discord wegen Wahl, weil der auch keinen Partner hatte. Also ich hatte halt keinen Partner, er hatte keinen Partner. Und wir kennen uns ja so in Anführungsstrichen so aus der Community, weil der ist ja auch hier sub. Und dann haben wir gesagt, ja komm, lass zusammen. Okay, einer Helm, immerhin. Hier sind so viele Uzi's, dass ich überlege, auf eine Uzi, um zu steigen. Aber eigentlich bräuchte ich lieber AKM-Shit. Na gut, ich habe wenigstens einen Einerhelm. Ne, Daisy macht mir im Moment einfach gar keinen Spaß, Little Peter. Vielleicht hinterher, wenn es, wenn es fertig ist, im Moment ist mir das zu boring. Das war auch im Stream immer, die, die, den letzten Stream, wo ich meinte, ich mache heute wieder Daisy, das war direkt super boring für mich wieder. Und auch mit der Community war das doof. Also ich meine jetzt nicht meine, sondern die Daisy-Community. So den ersten Typen, den wir sehen, als Bambi versucht uns direkt zu töten. Der zweite, den wir sehen, der redet nicht mit uns und haut einfach nur ab. Will ich sagen. Und sonst bist du da nur rumgelaufen und ist nichts passiert. So, dann, man, ist halt einfach nicht so geil. So, dann muss ich nennen. So, ich nehme nochmal die Fuckboy mit, einfach weil ich gerade so nix habe. Oh Gott, hast du First Aid? Hast du mir First Aid kommen? Nichts, ich habe gar nichts. Scheiße. Ich habe nur Munition und einen Flash-Hider. Achso, du hast auch keine Bandagen und Boosts? Ne. Oh mein Gott. Ja, ich habe einen Energy-Drink gerade verwendet. Okay, komm, ich habe zwar selber nix, aber dann gebe ich dir nochmal was ab. Guck mal, selbst wenn ich nix habe, hat der Quantum weniger. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie der das immer schafft. Hier. Ich gebe dir mal fünf Bandagen und ich gebe dir mal einen Boost. Wahnsinn. Da hast du zwei Sachen, die dich heilen und der schafft es trotzdem, weniger zu haben. Der Quantum ist ein Mysterium, wie der das immer macht. So, hier nochmal ganz kurz reingucken. Zweier-Weste. Hier liegt wahrscheinlich wieder irgendwo einer im Eck, oder? Irgendso einer, der jetzt noch gekämmt. Naja, wir sind am Rand, also irgendwo hier vorne wird sicher irgendwo was liegen. Hm, wir müssen aber auch los, die Zone kommt. Wir können auch die Garagen mitnehmen auf dem Weg. Oh, vor mir ist sowas gewesen. Ich sehe jemanden unter dem, äh... Links von mir an den Garagen ist was. Ich habe den durch diesen Zaun gesehen, da unten. Dieses freie Stück. Oh mein Gott, ich stecke fest. Das gibt es doch nicht. Oh, shit, die Zone. Du musst laufen. Ja, der ist vor mir. Einer läuft vor mir. Ich weiß nicht genau, ob der alleine ist. Nee, nee, die sind zwei Spieler vor mir. Ich könnte engagen. Ich halte mich auf. Nee, die sind den Berg hoch. Die laufen den Berg hoch, oder? Ja. Wir müssen auch den Berg dann hoch. Wir könnten die von hinten abfangen, vielleicht. Und sie ranschleichen. Hoffentlich laufe ich den nicht in die Arme. Voll das Plateau hier oben. Voll scheiße. Ich glaube, die sind schon weiter. Ich glaube nicht, dass die noch irgendwie hier sind. Glaub ich doch nichts, was zu den Häusern oder zu dem Auto da um die Straße laufen sind? Meintest du die? Das weiß ich nicht. Ich hab dir nur gesehen, wie die hier lang gelaufen sind. Jetzt hab ich keine Ahnung mehr, wo die sind. Ja, wir müssen jetzt leider gleich vor, ne? Wir haben es halt auch weit. Also, so lange brauchen wir es schon zu rennen. Ja. Wenn wir nicht in die Zone wollen. Ja, gut. Scheiße, wir werden von hinten auf jeden Fall getötet. Das ist viel zu... Was hast du jetzt noch am Boost? Ich hab einen Pain Killer aufgehoben. Ich hab einen Pain Killer und einen Energy. Ich hab zwei Energies. Das ist halt super weitläufig ohne Deckung. Wenn uns jetzt einer von hinten anschießt, sind wir tot. Wo sind die Typen, denen ich hier gefolgt bin? Äh, vor mir. Scheiße. Oben am Baum liegt einer. Einen ausgenockt von denen. Na, sauber. Der ist nach rechts gelaufen, der andere, oder? So, mal vor. Hier muss ja, oder? Ich mein... Oh, shit. Wir müssen mal gucken, wenn der engaged. Wir können hier auch rechts lang. Da sind so Steine. Da kommen Schüsse her, ne? Ja, von weiter oben auf jeden Fall. Da liegt einer auf dem Feld. Ne, der ist gerade gestorben. Hm. So, ne? Fuck. Tatsächlich hinter uns. Ist er ausgenockt? Oh, fuck. Einer ist, warte rechts, der ist hurt. Der ist hurt von uns. Ist der schon drin? Der müsste reingekommen sein hier, ja. Da müssen wir den töten. Ich hab zwar jetzt keine Heilung, aber... Ist er sich hingelegt? Sind sogar nur noch acht Leute. Vielleicht ist er außerhalb der Playzone gestorben? Hm, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Oh, der liegt da. Ich fange von hinten. Oh, hinten. Von hinten. Von dem Berg. Also so 210. Ungefähr. Boah, das ging auf die Pfanne. Ja, machen wir uns nix vor. Wir sind tot. Wir müssen wieder vorlaufen und wir haben keine Heilung. Ich seh den. Von dem zwei, drei... Oh, der ist tot. Ich hab ihn mit dem letzten Schuss noch erwischt. Oh, das war knapp. Vielleicht können wir den ja mal looten. Dann haben wir vielleicht ein bisschen... ein bisschen Loot. Der ist vielleicht an der Zone gestorben. Ja, hinter uns. Ich hab jetzt noch mal... Keine Ahnung. Ja, wir müssen hin, oder? Ja, wir brauchen seinen Loot. Dann sind wir eh down. Oh shit, die Häuser. Oh, die Zone ist ganz schön weit. Ah, unten von den Häusern. Ja. Wenn ich einen Enter bekomme, bin ich quasi schon tot. Unten vom Strand oder was ist das sogar? Scheiße. Das hat nur AKM-Sachen. Wir sind Outer. Ein bisschen Heilung. Ja, denk dran, dass wir in die Zone müssen, ne? Hier, bei mir ist ein Auto. Ich weiß nicht, ob das... Willst du das nehmen? Ach, die Zone kommt. Ich hoffe, wir sind zu laufen. Es ist halt nur offen hier, ne? Wir müssen die rechts von uns... Es ist ein Drop. Wir müssen die rechts von uns töten, Quantum. Der auf mich geschossen hat. Die fahren los. Ist da noch ein Buggy? Ach, du bist das. Naja, ich fahr, aber sonst hätte ich es jetzt nicht mehr reingeschossen. Hier bei den Häusern sind welche, oder was? Ja, ja. Safe. Hat einem AK auf mich geschossen. Der hat nichts. Wir sind hier nicht ganz drin, ohne Deckung, gar nur. Oh mein Gott. Wir müssen die töten hier im Auto, im Haus. Müssen wir. Wir haben keine Wahl. Oh, die sind hier vorne. In dem Haus, Tanne. Hast du erwischt? Ne, ne. Die gibt er. Ich weiß nicht, ob er raus ist. Einer will hoch. Oh, ich schieße euch aus dem anderen Fenster. Ich dachte, das wäre ein Spieler. Oh shit, der Mann am Haus. Links, hinten ist er. Oh shit. Im Nordwesten. Dem Roten? Hinterm Haus, ja. Also einer hier drin und einer weiter hinten. Nordwesten, hinterm Haus. Der ist oben. Der eine hier. Oh, wir können von hinten auch voll erwischt werden. Ich habe den ausgenockt. Oben auch. Hast du ihn? Ne, ne, ne. Der ist low. Willst du es probieren? 20 Sekunden. Schön. Marvin. Oh Gott. 20 Sekunden, wir müssen weiter. Oh. Der hat keine Bandagen. Ich habe ein bisschen Heilung. Der hat AKM-Position. Hier. Wir haben ein Auto. Hier, hier. Nehmen, nehmen, nehmen. Nehme ich rein? Denk an die Zone. Ich renne. Ich renne aber schon mal. Der ist neben uns. Neben uns. Nein. Hopp ihn, hopp ihn, hopp ihn. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Reinst du rein? Ja, ich muss. Ich bin bei einem Tick tot. Hier ist alles clear. Also gar kein Cover. Bitte sag mir, dass der Hügel drin ist. Bitte sag mir, dass der Hügel drin ist. Ja, hier ist drin, hier ist drin. Oh. Oh, shit, ey. Holy fucking hell. Zwei Leute noch. Ich habe nichts mehr. Jetzt habe ich... Ich habe auch nichts mehr jetzt, ey. Oh Gott, die Zone. Hast du jetzt noch eine Heilung oder irgendwas? Ne, ein First Aid habe ich noch. Aber ich habe keine Boots mehr und nichts. Ne, habe ich auch nichts mehr. Wir müssten ja irgendwo hier liegen. Wir würden fast schon versuchen, die zu überfahren. Ausgeschossen zu werden ist halt zu easy, ne? Ja. Scheiße, wie sollen wir das machen? Sollen wir in die Zone reinrennen oder? Das Ding ist halt... Ich habe nur den Rump. Halt. Damage. Hm. Ja, wir müssen halt laufen oder fahren. Ich kann mit dem Auto dann rumfahren und dir sagen, wo sie sind oder so. Vielleicht steht er dann da auf oder so. Ja, wenn du willst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn du willst, fährst du vor. Aber du musst trotzdem versuchen, Leute zu killen eventuell. Okay, ich schaffe das alleine nicht. Dann müssen wir jetzt aber auch los. Weil 20 Sekunden, also ich müsste mich wenn dann schon sogar auf den Weg machen jetzt. Ich bin ja nur beim Baum irgendwo rein oder? Ja, beim Baum vielleicht. Oder in irgendwelchen Büschen. Ah ja, ich bin ja hier vorne. Beide? Hab einen ausgenockt. Ja, der ist rechts an der Zone. Zone, 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 Zone. Oh, wir haben das noch geschafft. Mein Gott, was für eine Runde. Scheiße. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Die Zone, ey, die Runde war super lächerlich, Mann. Oh Gott, Alter. Nie im Leben, ey. Ich hätte 30.000 Euro gegen uns gewettet. Locker. Wahnsinn. Die Zone, die sind los maext�� секsteine. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Was ist da jetzt? Schroef. Was ist da jetzt doch viel ascular Leave. рекereYa estaensitin.